jo leute hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge fortnight news mit mir dem herrn gleich es gab wieder ein patch und ich habe ja schon gleich als die die news da rausgekommen sind von ninja die erste reaktion zu dieser ice trap gepostet und hier dafür gab es dann ein patch und wir gucken uns jetzt mal ganz kurz an was in diesem patch alles enthalten ist gucken wir mal hier haben wir stay frosty cool trap debüt in battle royale und pommel das hasst wurde new weapon and save the world ja dann gucken wir mal ganz kurz hier rein lassen ein cooler trailer dazu da ding noch mal groß ist jetzt der ton aus gerade noch mal das war jetzt nochmal da ist er auch schon weg so also das ding ist ganz interessant ich habe auch schon einige videos dazu gesehen zu der ice trap also was man auf jeden fall darüber sagen kann es hält ziemlich lange an ja der effekt also hast dann die 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 füße in solchen eiskumpen drin dann gleiteste ja und am anfang brauchst du ein bisschen zeit um erst mal los zu laufen aber dann wenn dann bist du richtig wirst du richtig schnell kannst dann richtig schön an jemanden vorbeisliden und auf den schießen ist auf jeden fall mega cool das ganze was auch eben ein effekt ist du kannst halt keine treppen mehr hochlaufen das geht einfach nicht hast keine möglichkeit mehr dann wenn du die eiskumpen hast noch nach oben zu laufen diese ice trap kannst du ganz normal am boden an den wänden und an der decke sogar anbringen und könnte unter umständen dazu führen dass der ein oder andere wenn er versucht hochzukommen und an dieser ice trap vorbeiläuft dass er dann einfach einen abflug macht ja und es gar nicht schafft zu dir hochzukommen und da dieser effekt ziemlich lange anhält kann das ein riesiger vorteil für dich sein ja also jedenfalls ein mega nices ding dann gibt es beim playground neuigkeiten und zwar kannst du alles mögliche aktuell einstellen also der herr sofort hat er schon reingeschaut der wort da begeistert er gesagt geil was die alles gemacht haben du kannst die anfangsleben einstellen kannst einstellen wie viel schild jemand hat du kannst einstellen die gravity also sprich die die anziehungskraft theoretisch aber wie es jetzt genau läuft habe ich jetzt nicht gesehen und ganz viele andere sachen du kannst jetzt wohl auch da der sich riesig gefreut auch im playground zufällig leute reinbekommen das heißt also du musst jetzt nicht mehr eine private einladung machen sondern du kannst auch einfach so sagen cool komm ich mache jetzt ein 101 gegen irgendjemanden der zufällig zu mir reinkommt er sofort ist auf jeden fall mega begeistert dann kam der lied slat hammer zum save the world modus hinzu und das ding muss wohl ziemlich krass sein knock those husks into the ground with this new weapon ja dann genau time of day genau die die uhrzeit kannst du auch einstellen bei dem playground dass dieser chiller der bug fixes gameplay bug fixes ja wenn die tiere eine zunahme der kamera an einem charakter bist dann werden die tiere jetzt versteckt ja und ein paar andere kleinere fixes die jetzt nicht so prickelnd sind ja also das ist auf fall hier jetzt mal so der das sind im gruppen wesentlichen die die update informationen des v601 patch notes wenn es euch bei der geholfen hat und gefallen hat dann lasst mal ein daumen nach oben da schreibt was in die kommentare abonniert den kanal leute die glock und schon das nächste mal wieder ein wieder heißt fortnight news mit mir dem herrn gleich macht's gut bis dann und tschüss oder von an action mit dem herrn sofort oder eventuell mit streamen also haut rein ciao